Heute ist der 22. Dezember. Aha, 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 aha. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Santiago's Adventskalender. Ich bin Thomas Geranus, die deutsche Stimme von King of Queens von Daccaffanen und ich möchte euch einen wunderschönen Advent wünschen. Viel Spaß bei diesem Türchen und vor allem habt eine wunderbare, ruhige und vor allem friedliche Adventszeit. Ich wünsche euch alles Liebe. Euer Thomas. Heute könnt ihr gewinnen das SpongeBob Album, das Gelbe vom Schwamm. Bis zum nächsten Mal.